ich bin der meinung ich höre ein schwein und da was runter doch da ist ein schwein irgendwo schnell 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 ich höre doch ein schwein irgendwo alles ein bisschen abkühlen irgendwo dort ist das schwein ich bin ein schwein ich bin ein schwein oh no oh no mit zwei Händen ist unfair daaddaa hei daaa hei Was ist jetzt da noch? Wartner Kopf. Scheiße. Nein. So eine Scheiße. Ja, natürlich. Mist. Verdammte Kacke. Oder so. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich muss mich verarschen. Die Lava ist jetzt immer noch da und das Schwein ist unter uns. Kann es sein? Da drin. Irgendwo. Das ist aber jetzt unfair. Als ich vorhin durch die Lava gestorben bin, standen wir dort. Und jetzt? Schauen wir noch. Wei, 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 wei. Und los. So, mein... Eis. Mein Eis. Eisatmen. Das ist wahrscheinlich, um dann da hinzukommen. Aber... Das ist wahrscheinlich, um dann da hinzukommen. So, jetzt aber... Da kommen auch keine Fliegeviecher mehr. Na, 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 na. No, 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 no Feinchen. Triss. Bling. Ach so? Dankeschön. Bling. Wir brauchen so eine Magnetfunktion, damit wir von weiter Entfernung zu mir kommen. Wieso sind da Nummern drauf? Da geht's nicht lang. Oh. Da geht's aber lang. Da geht's lang. Tix. 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 So. Gehen wir mal hier hin. Und dann gehen wir mal da nicht hin. Weil wir erstmal hier unten alles kaputt machen. Natürlich. Natürlich nur deswegen sind wir hier runter gesprungen. So. So. Hä? Warum war ich eben gerade höher als vorher? Nein. 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 Schade, dann muss ich wohl da hinten hoch. Da. Und dann da. Und dann da. Er ist weg. Weg. Und ich bin wieder. Allein, allein, daheim. Denk dran, Alice. Verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Warum nicht? Es geht einfach weiter. Ich bin so gewohnt, dass die Spiele normalerweise durchgängig sind und bei einem Szenenwechsel, also bei so was dann, so was kommt. Irgendeine Szene oder so. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reiht auf den Luftströmen nach oben. Danke für den Tipp, Prinsekatze. Auf nach oben. Auf ins nächste Loch. Stimmt, die hab ich auch noch. Von Loch zu Loch. Von Loch zu Loch. Üks. Ähm, großes Auge. Ach, das war einfach nur ein Secret, Secret Raum. Ein Secret Raum. Wo sollte ich dann hin? Wenn nicht hier hin. Da hin. Da hoch. Bup. 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 Okidoki. Nächster 10. Ui, ei, 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 ei. Rüber. Oh. Hallo. Ui, ei, 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 Dann da rüber Dann hier hoch Dann so Und so Und dann so Ach die Bombe hat auch ein Zeitzender Es heißt eine Katze habe neuen Leben Alice ich hoffe du hast ähnlich viel Ich habe elf So Ist wirklich viel springen und rennen Und ich meine Mir macht es Spaß So ist er nicht Hey du Dann wünsche ich dir Einen wunderschönen guten Morgen Wenn man das so sagen kann Tut mir leid dass ich jetzt zwei Minuten nicht geantwortet habe Also wir spielen Alice im Wunderland Wie man sieht Sieht man doch oder? Das ist Alice im Wunderland Ja Mit blutigen Messer Und Was war das? Achso ein Pfefferstreuer So Dann da rüber Und wir Hast du hier geschlafen Weil im Überfluss Hatten wir schon Du bist hier nicht willkommen Wir haben eine Mission zu erfüllen Und du bist ein unerträgliches Ärgernis Manche mögen es heiß Aber keiner mag es so heiß Psycho-Ratte Sehr gut Das ist natürlich sehr 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 schön Neun Uhr Naja bis dahin kann man ja mal schlafen So Der kommt nur hier rüber und wieder zurück oder? Was heißt das eigentlich? Ich brauche gar keine Angst haben vor dem Dadadam Dadadam Äh Bei mir ein neues Naja gestern war es ja nicht Da Da habe ich ja Ori gespielt Hat richtig Spaß gemacht Hat man mich eigentlich oder ist es laut? Schon sehr laut Alter Alter Schwede ist das laut Gestern habe ich Ori Ori gespielt Hat mega Spaß gemacht Oh Ich liebe Ori Die Stimmlautstärke kann so bleiben Soundeffekt Musik Ein bisschen runter Genau Und bestätigen Ähm Genau Und heute habe ich dann alles mögliche An Videos bearbeitet Was ich in den letzten zwei Tagen aufgenommen habe Also Star Wars und Ori Und auch das Spirit of the North Was Wurde ja auch dabei warst Das habe ich mal zerschnippelt und schon mal hochgeladen für YouTube Und Ja Jetzt Alice Madness Returns Das wird dann auch noch für YouTube Immer um 17 Uhr dann hochgeladen Und ich muss sagen Das Spiel ist geil Dafür dass es schon so alt ist Das ist mega Also schon allein dass ich hier jederzeit rumballern kann Das ist geil Was meinst du jetzt? Äh Ori oder Achso Ori Ori ist mega geil Ori macht auch mega Laune Was ist das? Wiss ich nicht Aua Vor allem weil Ich besser vorankam als im ersten Teil Das ist ja jetzt weiter Im ersten Da war ich noch immer auch Da war ich an manchen Stellen richtig verpeilt Aber dadurch dass ich jetzt seine ganzen Fähigkeiten schon Relativ schnell Alle bekommen habe Zumindest was ich so kenne Aus dem ersten Teil Äh Komme ich gerade richtig gut durch Also ich hatte nicht einmal Probleme gestern Ich habe die Arme die du brauchst Nun genau genommen Die der Hutmacher braucht Ach egal Ich werde dich zerquetschen Ey gib mir seine Arme Industrie heißt Fortschritt Okay jetzt können wir hier runter Oh no Nicht sehr gut Mach's kaputt Was ist das große Ding Das große Schatten Ding hier Immer noch Der greift nicht mehr an oder Bäm So jetzt ist da hinten Da geht es dann hoch Äh wie ist es vom Ton her Sag mal was Weil für meine YouTube Aufnahmen kann ich das ja Kann ich es ja jederzeit ändern Aber hier ist es ein bisschen so Dein neuer Anführer Sieben Schlafer Alles gut Gut Lehrer Ähm Ähm Endlich Ähm Okidoki Ja gut Das ist ja jetzt nur in dem Hier An der Stelle Nein Nicht im Weg Gehen Jetzt Kann ich meine Waffe zufälligerweise jetzt aufrüsten Ich hab vergessen wo es war War doch hier oder Waffen Ne 575 Zähne Brauche ich Ticken ist vorüber Außer das Ticken Ticken ist vorüber Worum es bei Ori geht Achso Ähm Ähm Ori Im ersten Teil Wird das Land zerstört Und du versuchst es zu Retten Weil du bist ja so eine Art Waldgeist Naturgeist Hm Spiel ist abgestürzt Ach ist das scheiße Oh mein Gott Also fürs Let's Play Sag ich schon mal Ähm Ich Bis gleich Ich pull vor Und Fürs Livestream Tut mir leid Äh Viel Was ich nochmal machen muss Als es abgestürzt ist So Da sind wir wieder zurück Mit dem Let's Play Der Stream war noch die ganze Zeit da Aber jetzt Mit dem Let's Play Und äh Hoffen wir mal Dass es man nicht abstürzt Ganz einfach Bup Bup Hat es gemacht So Diesmal kommen wir Aber Darüber Darüber Aber hier drüber Ne Ich glaube das ist währenddessen Abgestürzt Ist schon doof So Das ist noch doofer Kierks Kierks Macht es immer So Was passiert jetzt Ein kurzzeitiger Rückschlag Ein kleines Hindernis Eine banale Hemmung Ich mach einfach weiter Mit dir befasse ich mich später Alice Unseren grandiosen Plan Hältst du niemals auf Den grandiosen Plan Hältst du niemals auf Okay Dann Haben wir das wenigstens Geschafft Gebel drücken Was ist das? Zum Müllschlucker Geil Wollte schon immer In einen Müllschlucker Ein Glück Kann man unter dem Rock Nicht sehen Mobilität wäre auch sehr nett Erwarte keine Dank von mir Bevor ich mich wieder Vollständig bin Kein Ausruhen auf Lohr Jetzt muss ich wohl Seine Beine suchen Schüssel Lachen Klappstühlen Hockern Hey Noch eine Flasche Gut Wir müssen Wahrscheinlich Wieder hoch War Da kann man nämlich dann Willst du deine Arme haben? Ne Okay Dann nicht So Jetzt gehen wir hier nur kurz hoch Hohoho Ein Schlückchen trinken So Aufdrehen und niederdrücken Ähm Geht hier nicht was? Montage oder Zerstörung Nach darf Ähm Ich muss doch jetzt irgendwie Da rüber oder? Achso Ja Die Plattformen sind ja noch da Warte gerade Hä? So Dann holen wir mal Seine Beine Die Beine vom Hutmacher Sind hoffentlich Sexy Stehen die ihm überhaupt? Ladevorgang Sein Rock guckt Durch die Tasse durch Aufdrehen und niederdrücken Herzlich willkommen So Was hast du zu sagen Grinsekatze? Die Ausmaße Dieses trostlosen Traktes Kennt keiner Außer den Bewohnern Okay Sorry Neine Gesundheit Danke Äh Entschuldigung Oder was man auch Immer heutzutage Sagt dazu Wahrkeit Dein neuer Anführer Mehrzahre Was muss ich machen? Was muss ich machen? Da oben ist ein Ding Muss ich da einfach rüberspringen? Nein Was muss ich machen? Unten gibt es ja auch nichts was ich tun kann Eine Bombe kann ich werfen Ach Auge Zielscheibe Und wo ist die Zielscheibe? Da ist die Zielscheibe So Hab noch nicht ganz verstanden Wofür die Blumen jetzt da sind Wenn ich mit Schrumpfen Eigentlich auch alles sehen kann Industrie Nährt sich von Leid Verfall Und Zerstörung Alice Sie hat das East End In einen Abort verwandelt Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen In Australien vielleicht Wir könnten dein übriges Erbe Zu Geld machen Na klingt erstmal gar nicht so schlecht Ähm War das schlau? Warum gab es doch bestimmt noch irgendwas zum Sammelden oder? Die Tiefbeerste Nein Machen wir jetzt nicht Aber Wir Machen das Ja Pfeffermühle 3 Ich wünschte man könnte auch sehen Was Was sich daran verbessert Außer dass Es noch cooler aussieht Okay So Dankeschön Und nun Hier ist nichts Auch da lang Was ist hier noch? Das sieht mir aus wie ein Sekret Eine Flasche Wofür sind die Flaschen? Ich weiß das immer noch nicht Aber langsam glaube ich Das sind einfach nur Sammelobjekte Wirks Das reich des Hutmachers Okay Okay Da okay Doch nicht Zeit sagt aber Wird knapp Zeit sagt es wird sehr knapp Ging 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 Easy Hey Ganz so viel Schalter hier Einmal Einmal Dreimal Ich will da hin Da sind ja auch noch Kisten Das ist ja auch noch Kisten Das ist ja auch noch Kisten Das ist ja auch noch Kisten Schön Ach das soll sowieso dann der Weg sein wenn man es nicht geschafft hat Okidoki Einmal hier durch Einmal da durch Nicht geschafft Kacke Einmal hier durch Einmal warten Einmal da durch So jetzt aber Dann haben wir es auch endlich geschafft